Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Engage. Ja, beim letzten Mal hatten wir eine Seeschlacht, die ging relativ schnell und heute geht es zum Hafen von Gifre mit Kapitel 19. Aber bevor das Kapitel losgeht, natürlich erstmal Bandgespräche bzw. Unterstützungsgespräche und über mir ist ein Zeitestempel, falls ihr diese überspringen wollt. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann jetzt gleich im Kapitel wieder. So, ihr seid der größte? Ja, ich bin der größte von uns vier. Wow, es muss sich schwer sein, als der Großbruder zu sein. Ich glaube so, von einem bestimmten Punkt. Unsere Mutter hat die Zeit verloren, also war es für mich, um sie zu erzeugen, aber ich liebe sie, trotzdem. Wir alle zusammen zusammengekommen. Vielleicht zu ihnen, ist das, wie du bist so ein guter Retainer geworden bist. you know you may be right it takes quite a bit to rough on me as it were and now that i consider it growing up in that way may have given rise to my little hobby how so spending one's youth in an all-male household gives one a rather narrow view of the world i i guess do your kid brothers do it Sie? Sie nicht. Das fängt ein Loch in deine Theorie, dann. Ich denke, es könnte nur dich sein, Louis. Hahaha. Das Geheimnis wird tief. Du bist bereit, Divine One? Ich denke so, Linden. Aber ich möchte noch eine letzte Sache machen. Ich denke, dieses Experiment wird in die Menschen leichter und glücklich sein, nicht wahr? Absolut, Divine One. Was ich gelernt, indem du dich ist sicher zu führen, eine neue Deskauberie oder drei. Ich erwähne sehr interessantes Resultate mit Qualitätssleep. Qualitätssleep? Du hast 1,000 Jahre, nach allem. Es ist fair zu sagen, dass keiner mehr Slept mehr Slept wie du. Vielleicht werden wir wissen, warum. Du glaubst wirklich, dass das möglich ist? Ich bin sicherlich. Das könnte ein Gottesdienst für diejenigen, die mit Insomnius kämpfen. Ich habe das nicht gedacht. Okay, sicher. Ich würde gerne helfen mit deinem Experiment. Ich freue mich sehr, Divine One. Der erste Schritt ist, auf dich ein paar Mal, um zu sehen, wie dein Körper reagiert. Du wirst wunderschön, aber dein Haar kann nicht überleben. Sie wissen, ich habe mich verändert. Entschuldigung. Aber du musst dich finden, einen anderen Tests. Entschuldigung. 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 Ich brauche schön, moveable Kleid, damit ich bereit bin, um zu kämpfen, um ein Moment zu sehen. Oh, also das war es so. Das Kleid war wirklich schön, aber ehrlich. Ich bin sorry für mich so, wie ich so, wischig-wischig. Nein, das ist okay. Ich fühle mich einfach nicht so, dass ich das auf meine eigene Meinung bin. Kann ich vielleicht... pick eine andere Outfit für dich? Except für diese Zeit, etwas besser suited für das Toasty-Solm-Weather. Oh, was eine gute Idee! Of course! Ein weiterer Schöpfung mit meinem Freund Fram! Ich kann nicht warten! Erstens, muss ich vorbereiten für diese nächsten Wettbewerbe sein, wenn ich tot bin. Of course, ich werde dich zu tun. In der Fall, ich wollte mich fragen, ob du dich besuchen. Was hast du gesagt? Training mein Herz mit Prinzessin Tamara? Ich liebe nichts mehr! Ich bin ein, ich bin alle! Ich bin ein, 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 ich bin ein. Es ist eine Ein-Wettbewerbe. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, oder ich bin ein, ich bin ein. Wie ist das Geschäft, Frau Anna? Geschäft ist großartig! Mein Inventor ist auf die Schöpfung schneller, als ich wiederküren. Na, hier. Einmal für den Schwerpunkt am Schwerpunkt am Schwerpunkt am Schwerpunkt. Sind diese Tarts? Ja, Beet Tarts, in fact. Ich habe sie selbst gemacht, also ich weiß, dass sie gut sind. Kann ich einen probieren? Natürlich! Schön! Auf die Hände! Yum! Diese sind wirklich lecker! Ich bin froh, dass du sie möchtest. Ich habe die Rezepte von meiner Mutter gelernt. Ihre Mutter? Oh nein! Ich bin froh, Frau Anna. Ich habe die perfekte Angelegenheit für diese Pies. Wir werden sie sagen, Mom Sweet Beets. Sie werden mit Kindern und Großartigen. Du musst mir lernen, wie sie machen. Ich dachte, dass ich das falsch gesagt habe. Ich bin froh, dass Sie die Rezepte von mir machen, oder? Ich habe das Gefühl, dass die Schmerzen machen, richtig? Ich werde diesen Schmerzen nach einem Boot-Locken von Geld suchen, um zu suchen meine Familie. Oh, tolles Plan! Ich werde dir die Rezepte von dir zeigen, damit du viel Geld verdienen. Perfekt! Oh, danke! Once I get these tarts on the market, we'll be swimming in cash! Cha-ching! I must thank you, Jean. Princess Saline, what are you thanking me for? The tea produced in your hometown is far and away my favorite. There is joy in each and every sip, so I thought it appropriate to thank you. Ah, in that case, I should thank you, too. My mother will be over the moon to find out you like it so much. Your mother? She works at a tea shop back home. You've probably had tea brewed from leaves that my mother processed. I see. Do pass on my thanks, then. I will. Praise from your highness would be the pride of a lifetime for my mother. Would you like to join me for tea sometime? We can brew some tea leaves from your home and drink to your mother's health. Oh, I've done nothing to deserve such an invitation, but I'm grateful anyway. I'll be looking forward to it. As shall I. You'll be hearing from me. My goodness. Is my face so funny that you'd laugh as soon as you see it? Forgive me, Chloe. Though I wasn't laughing at you. Rather, it was the memory of the first time we met that has me so amused. Oh, yes. How could I forget? My first encounter with the princess. You were at the harbor with your face scrunched up in tears. It was adorable. I wouldn't say I was in tears. The ship I meant to board couldn't set sail, and I was grasping at straws. That's all. Which is when I made my entrance. I told you if there was some place you wanted to go, I could give you a ride on my Pegasus. And off we went to the tea farm. I'd snuck out of the castle incognito before, but this was something altogether different. I'd never ridden a Pegasus. I can remember my excitement like it was yesterday. The first of many grand adventures. That day is burned into my memory forever. When they told me you were the princess, I nearly keeled over with shock. I mean, how many people make friends with a girl who turns out to be royalty? I'm sorry. I hope it wasn't too hard on your nerves. Oh, it was an honor. Like I was living a real fairy tale. You might say I started a new life that day. Indeed. You must elaborate. Oh, I'd be happy too. But not today. No. I have the time if that's your concern. Oh, Princess Selene. The best fairy tales leave the audience wanting more. As a princess, don't you love hanging out with castle guards and napping in the royal garden? I would never do something so brash. Where I'm from, it would be seen as quite untoward. Thank you for lending me your strength, Lin. I've come to rely on your power. A lot. Thank you, Alchrist. I've come to rely on your power as well. You're quite skilled. I have returned. Hey, uh, Zephyah. How'd the report to Lord Sombron go? Bet he was mad we lost the rings, huh? Very. I knew it. So he's gonna punish us, right? Finally. Yes. In fact, no. It was a scolding. Nothing more. He impressed upon me the gravity of our role. That's all? Huh. He must really love us. Feels good to be appreciated. Has Lady Vale woken up yet? No. That spell you keep casting on her. This is getting reckless. We should dispense with the magic for now. Allow her to return to normal. The spell will soon have a more stable effect. Lord Sombron gave me an enchanted helmet. What? For her to wear. A helmet imbued with his power that will amplify the spell I cast on her. Finally, I can erase the defect from existence. I intend to use it shortly. I would like to have some good news for my next meeting with Lord Sombron. Speaking of news, our warships ran into the Divine Dragon's forces. No luck stopping them. Sounds like they're sailing to Illusia as we speak. Huh. Moving faster than I expected. Yeah. Only a matter of time before they're knocking at our door. Oh! Want me to buy some time? I can do it! Of course, dear. So good of you to volunteer. But I can't have you going all alone. Mavir. You'll accompany her, won't you? Very well. What? Why? I'd be fine on my own! You are good, of course. But you'd achieve even greater success with Mavir at your side. Well... Okay! All the more praise for me then, right? Zephyr, I ask one thing. Wait to cast your spell on Veil again until we return. All right, Mavir. Then we depart. We'll be back before you know it. Hmm... Ugh, Mavir. He's way too attached to that other veil. Truly. But it doesn't matter at the moment. And won't, as long as he stays in his place. The Four Hounds are my family. I will always love Mavir. Always. As long as he obeys. Now we have a serious matter to discuss. What Lady Vale said about having a sibling. Right, right. That Dragonstone of hers. Something about it being whole, not broken. Yes, exactly. We need to look into that. The situation bears... Examination. Here we are. You've report. I expected it to be better defended. We just sailed right in. Hmm... What's wrong? This is a port town. It's typically bustling with people. Why is it so quiet? I see someone over there. Maybe they can tell us. Divine One, wait, that's... One of the corrupted. Yes. And surely not the only one here. You're right. They must have spread through the whole town, which means... I'm afraid so. I'm afraid so. Does the Fel Dragon mean to destroy Elluja too? That makes no sense. All I know is we can't turn a blind eye. We've got to get rid of them. No. We move on. What? And abandon the people here? Princess Ivy, tell us what you want to do. We leave this place. But there are people in danger. We have a responsibility to help them. That's what we did at Flora, isn't it? We got there right after the attack. There were people to save. Look around. We're too late. Far too late. There aren't any survivors. I would have wished nothing more than to help the people here. But with every passing moment, more lives may be lost elsewhere. We cannot waste our time on the dead. We must protect the living. This is terrible. I don't think I could abandon a town like this, but it's not my decision. You'd already recognize the choice Princess Ivy would make, Divine One? Impressive. No, that was... Thank you for your support, Divine One. Now, to the castle. Aw, you're gonna cut and run just like that? Who's there? Hello! It's me, your old pal Marnie. Oh, and Mavior's here too. We meet again. I really wish you'd decided to stay and fight the Corrupted. Would've been so much easier. But the Divine Chicken's afraid of them. Wop, wop, wop! Isn't that right? The Divine Dragon was thinking only of what's best for everyone. Yeah, yeah, whatever. Just shut up, will ya? You're annoying me. You guessed right. The port fell a long time ago. But I won't let you just walk away. Wait, how's this for a deal? Drop your emblem rings and you can go. I don't think so. I figured. Or the shot though, right? Well, time to fight then. And don't worry. We brought lots and lots of the Corrupted. just for you. Tell me one thing first. Please. I need to know. What? Vale. Is she alright? Lady Vale. She... Shush, Mavior! We didn't come here to blab secrets! Afraid we can't answer that, Divine One. Our lips are sealed. Tell you what. When this is over, I'll whisper it into your dead little ears. How's that? We'd hope to learn whatever we could from the people of this town. But with no one left alive. We're glad to get the truth out of you, one way or another. Mavior, take. Zephyah permitted us to use emblem rings? Nah. I just went ahead and borrowed a couple. You did what? Marnie. When this is discovered... I'll be what? Scolded? Punished? Please! We're Lord Sombron's favorites. Besides, If I capture even one more ring, imagine the praise I'll get. I'll be a hero! Even in that case. He will not forgive you. Ugh. Skip the lecture, okay? Just put it on. If you ruin my chance to shine, I won't forgive you. Okay, Leute. Ich hab meine Truppen angepasst und das hier wird eine sehr interessante Schlag, weil ich hier überall einfach nur noch Miasma seh. Ich seh wirklich nix anderes. Und dazu kommt auch noch, dass hier zwei Drachen rumlungern. Das wird anstrengend. Und trotzdem dürfen wir uns auf viele berittene Einheiten freuen. Und zwei Gebäude, die wir tatsächlich betreten können. Okay. Bin ich schon mal gespannt, wie das hier vonstatten gehen wird. Ich hab übrigens die Befürchtung, dass Mani spätestens nach dieser Mission hier sterben wird. Ich hab übrigens gesehen, dass da oben eine Einheit ist. Und ich selber kann sie nur ansprechen. Also wir kriegen hier diese Saphir auch immer dazu. Einen Krieger. Ich hätte nicht gedacht, dass hier noch jemand lebt. Ich lerne das Miasma. Ich hab' den Knie verheiratet. Ich hab' den Knie verheiratet. Ich hab' den Knie verheiratet. Es ist ein Wunder, dass hier überhaupt jemand lebt. Okay. Das funktioniert ja. Dann nutze ich mal das hier. Und hau mal so viel Miasma wie möglich weg. Ich hatte schon die Befürchtung, dass ich alles mit Korin machen muss. Ich konnte nicht viel diese Runde machen. Aber was wir machen können, ist einmal die Drachen wegzuballern. Außerdem komme ich eventuell an diese Saphir jetzt ran. Wenn ich den göttlichen Tanz mache. Diese Sequenz ist auch schön. Ich zeige dir nur viel zu selten. So, komme ich bis zur Saphir hin? Ja, ich komme bis zu ihr hin. Dann reden wir mal mit ihr. Also, wenn es der Drachen divin ist. Ich weiß dich. Du bist die Nacht, wo ich in Brodia kastelte, richtig? Saphir von der Royal Guard, in deinem Service. Prinz Diamant hat gesagt, dass dein Schiff geht nach Elugia. Mit der Situation in der Kastel unter Kontrolle, dachte ich, dass ich dir eine Hand geben würde. Ich bin glücklich, dass du uns besitzt hast. Als Prinz Diamant uns über die Kräste schrieb, fühlte ich, dass ich keine Wahl hatte. Es ist meine Aufgabe, um das Königreich zu schützen, die seine Königreich hinterlassen hat. Diamant wird das Königreich regeln. Also, mein Leben gehört zu ihm. Und zu dir. Use es gut. Wir werden es versuchen. Das Feuer hilft gerade irgendein bisschen wenig. Kämpft ihr mit langen... Äh, ihr kämpft mit Speeren. Dann nutze ich mal meinen Tomahawk. Am besten gegen den, der am meisten Leben gerade hat. Tschüss! Niemand wird dich missen. Nach dem Feuer können die ja nicht verrecken. Okay, er hat Mikaias Ring. Und er greift den Doppelgänger an. Das kleine Bisschen hilft ihm auch nicht. Die heilen sich einfach gegenseitig hoch. Ich fasse es nicht. Ich werde ihm mal verfehlen. Mann, sind die Doppelgänger gerade useless. So, jetzt kann ich in das Haus da rein. Ja, war sehr sinnvoll. Dann schieße ich dich mal weg. Das ist es. Schau hier. Für Brodia. Zack. Ein guter Wind. Ein guter Wind. Ich werde an der Stelle da leider nicht die Kanone abfeuern, weil ich würde nur meinen eigenen Kameraden hier treffen. Deswegen habe ich Celine da jetzt mal wegbewegt und lasse die jetzt mit Thoren angreifen. Ich habe Thoren mal weitergegeben. Ich habe es Ivy gegeben. Und zack. Ich wollte schon sagen, wenn hier noch einer lebt, dann wäre es ein Wunder. Aber die haben ein Elixier für mich, also lohnt es sich trotzdem irgendwo. Thoren! Den haben wir geblitzt. Jetzt kann ich ruhig sehr gut nutzen. Hast du den Rittertod? Den würde ich gerne nutzen. Ja, greift ruhig mich an. Ist ja da oben, kann ich gerade überhaupt nichts machen. Aber ich kann das Schwert des Schöpters nutzen und dir einen Bruch geben. Soll ich mich wiederholen? Soll ich mich wiederholen haben? Zack. Ja, das eine Schaden hätte mich sowieso nicht gejuckt. Haben wir dich hier auch direkt noch fertig? Du wirst ja keine Gefahr für all, Chris. So. Tschüss. Hat Marnie direkt zu sich teleportiert? Ja, das ist der, der mir am meisten Sorgen macht. Der scheiß Drache. Weil ich weiß, dass der Damage drücken wird. Die Drachen sind die ekelhaftesten Einheiten. Mit drei Prozent glaubst du doch nicht zu treffen. Und hättest du getroffen, dann hätte ich das Spiel verklagt. Weil ich treffe mit 90 Prozent meistens nicht. Nee, keine Chance. Die ganzen Reiter dort werden jetzt sterben, weil sie mich angreifen. Jetzt ist einfach nur ein gefundenes Missfressen gerade. Einer nach dem anderen Feld oben. Ja, die Silbe-Achse hat dir gerade was gebracht. Der Nächste wird wieder sterben. Sobald kein Bruch kommt. Die können ein wenig gegen den Rittertod machen. Ivy hat zwar eingesteckt, aber sie überlebt die Runde. Aber ich muss die da wegbewegen. Autschen. Innes und Ivy jetzt erstmal retten. So. Und Ivy nutze ich, um sie zu heilen. Oh, lernte Fähigkeit. Zupackende Lehre. Zupackende Lehre? FDR nimmt mit einem Bruch an, kann sie zusätzlichen Schaden 50 Prozent des gegnerischen Magie wertzufügen. Okay. Also deutlich mehr Power. Wir müssen dringend diesen Drachen loswerden. Deswegen sag ich mal, Scheiß auf alles. Schwert des Schöpfers, weg mit dem Vieh. Ihr Drachen ist das Schlimmste, was da steht. Das Gute ist, ich stehe nicht mal mit dem Jasper. Und Tomahawk. Ja, der Deutsch macht mir eh keinen Damage. Das Doofe ist, hier ist keine weitere Kanone, mit der ich das Miasma vertreiben könnte. Ist richtig ekelhaft. Kriegeraxt würde nicht töten. Dann schmeiße ich dir einfach mal das Teil ins Gesicht. Komm, bitte ein Grit. Ja, ein Grit. Tschüss. So, und dann mache ich dich direkt als nächstes Trip. Und Level 4. Ich gehe extra ein bisschen näher ran. Damit ich den Angriff abkomme. Vor allererst jetzt den Drachen hier vernichten. Es ist eh kein anderer in der Nähe. Oh, ich habe ein Grit. Ein Glück. Er ist instant tot. Der Drachen war das nervigste, was da rumstand. Mit Abstand. So, E.V. wurde gesetzt. Kommt ruhig ran. Um Gottes willen haben die viele Leben. Schwerbeschämpfers kann zum Glück auch aus der Ferne treffen. Da nicht. Geblockt. Ja, kommt ruhig ran. Ich habe was Schönes für euch aktiviert. Da bringt euch der Bruch auch nichts. In dein Gesicht. Ich habe es nicht in dein Gesicht. Ja, die stehen nah genug dran. Können die aufhören auch mal Verstärkung zu kriegen? Das hat sogar das Miasma ein bisschen zerstört. Oh, Kühnheit. Okay, Marnie bleibt gerade da hinten. Wir sollten uns jetzt erst um den Heini kümmern. Zack. Autschen. Oh, ein Grit. Sehr schön. Schon mal ein Leben weg. Ein guter Wind. Entschuldige mich, Emzum. Ich weiß, dass das einen Verbrechen auf dich ist. Das ist es. Den Glanz kannst du dir sonst wo hinschieben. Wenn das Liebe ein Griechen ist, was kriege ich da eigentlich von dir? Eine Kriegerlanze. Komm. Der muss drauf gehen. Ja, es muss alles treffen. Das ist es. Ein Hit noch und der ist weg. 81 Prozent, das darf jetzt nicht verfehlen. Und tschüss. Ich verfolgt. Aber zumindest jetzt. Vernichtet. Okay. Zumindest eins sind wir schon mal los geworden. Ja, mach ich hier mal meinen Zwillingsschlag. Das vernichtet auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich gehe mal hier in das Haus. So, wer von euch hat ein Item? Ein Draco-Schild. So, egal was ich mache, ihr stirbt so oder so. Louis ist einfach allmächtig. Ach, Louis. Mein Lieblingsschaf. Ragnall! Ja, die laufen immer. Leute, ich gucke gerade, dass ich die von diesen Yasmin wegkriege, weil wenn die in dem Yasmin stehen, mache ich denen kaum damage. Ich aktiviere hier auch mal mein Bündnis. So. Die müssen aus dem Yasmin rauskommen. Ich mache denen sonst wirklich keinen Damage. Aua. Oh, die Explosion beim Schlag von Ragnall ist geil. Oh, der Kampf, da kriegt es eh nix aus. Louis hat so extrem viel Verteidigung. Das ist ja wirklich nur der Koop-Schlag, der Schaden macht. Schade, nicht getroffen. Aber wenigstens stehen die nicht mehr mit dem Yasmin. Und? Tot. Genau, kommt aus dem Kacknebel raus. Okay, dann werden wir mal die ganze Mannschaft hier unten mal los. Jetzt habt ihr nicht mehr diese Protektion von dem Yasmin. Also tschüss. Ich konnte einen hier zum Beispiel legit null Damage drücken. Komm, 34% Chance. Ach, komm. Pfeife. Ich sagst. Und Tomahawk. So, die Truppe hier unten sind wir schon mal los. Und nochmal Tomahawk. Eine stolze Victory. Gucken, dass ihr jetzt nach da unten kommt. Jetzt muss Marni zu mir kommen. Ja, damit die nicht mehr in dem Yasmin steht. So, mach mir ein favorit und geh schnell. Ich hab an dem flammenden Löwen gedacht und guck, dass keiner wirklich hinter mir steht. Komm nur her. Tschüss. Ich weiß schon, warum ich da das aktiviert habe. Wenn es Tida sich anständig wehren kann. Komm, daneben. Okay, hier unten bin ich glaube ich alle los geworden. Soll ich auch da oben stehen. Einer muss den Trupp hier oben aufhalten, damit die da unten nicht nerven. Der sieht sieht auch cool aus. Anna hat Ike bald fertig. Wie ist mein Tomahawk. Soll mal ein bisschen Damage für dich. Danke, dass du hier drinnen stehst. Kennst du schon den Panzerbrecher? Den wirst du jetzt kennenlernen. Und... Elfendonner! Der ganze Schmarrn, der hier rumsteht, hält die gerade gut auf. Ihr eigenes Feuer und die Rankenhader. So. Der Kampf geht in Annas' Richtung. Anna macht die locker fertig. Gut, du greifst Louis an. Das Beste, was hätte passieren können. Da, wo du halt überhaupt nicht durchkommst. So, tschüss. Vernichte ich dich. Dieses Durchhalten nervt, ne? Ich kann da auch ein bisschen XP mitnehmen. Indem ich hier die Charaktere vernichte, die ich hier noch angreifen kann. So, Anna kann da oben, glaube ich, den einen auch noch für die machen. Mit ein bisschen Glück. 25% Chance. Die Chance ist gering, dass ich ein Kind habe. Ach weh, Mensch. Das ist eine geile Fähigkeit. So, Marnie. Tschüss. Ich mag keiner. Volganon. Ich gehe wirklich davon aus, dass entweder Sombone sie jetzt töten wird. Oh nein. Oder es generell nicht gut für sie ausgehen wird. Aber ganz ehrlich, kann mir egal sein. Sie hat es verdient. Oh nein. Zephia! I have always worried for her safety. You really do want to protect her, don't you? I have said too much. Marnie, I am returning now, with or without you. You can't just leave me! Hey! Wait up! Is it a good idea to just let them go? We took back the rings. Besides, I have a feeling that Vale is going to need him right at her side. Emblem Micaiah? Emblem Roy? Glad to finally have you back with us. I never lost faith that we would return to you. Thank you. On the Shadowy Moor and at Flora Port, it pained me to fight against you. I'm sorry for putting you through that. I promise to never let that happen again. I can't believe there are so many of the corrupted in Elluja. The Fell Dragon is behind the rise of the corrupted in this kingdom. Sovereign blood is no longer enough for him. He's abducting the people of Elluja. When Sombron drains them, they turn into the corrupted. That's why they're everywhere. You mean the corrupted we killed were... Solm, Brodia, Firinae... They'll all suffer if the corrupted leave my kingdom. We must act now. If any of my people still remain, I must do all I can to save them. Those two came all the way here to stop us from reaching Elluja Castle. The Four Hounds must be desperate to keep us at bay. Let's find out why. The Clamp-Kanonen were completely useless. And they had to have to stand before, so they had to have any use of them. Anyway, if you liked it, the last one, and we'll see you next time. Bye! Ciao!